Also eigentlich sollte heute ein anderes Video kommen, aber da der Schnitt davon viel zu lange dauert und ich dafür wahrscheinlich noch ein paar Wochen brauche, ist dieses Video hier eine kleine Notlösung. Also gibt es hier einmal eine richtig geile Ranked-Reload-Runde aus meinem letzten Fortnite-Stream und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß! Bist du jetzt in Battle Royale... Mein Gott, Bro, da rollt es einem ja die Fußnägel hoch, weil man das liest. Bro, bitte! Wie zum Teufel? Wer zum Teufel von euch hat da nicht aufgepasst? Das ist mein Turm. Äh, ich nicht. Was für Fußnägel? Wie, was für Fußnägel? Ja, du hast doch gesagt, da... Das sagen meine Eltern so. Da rollen sich die Fußnägel hoch. Ja, aber was für Fußnägel hast du eben gerade gesagt. Ja, ja, das sagen meine Eltern so. Das habe ich von denen eins zu eins abgenommen. So, warte mal. Ich bin jetzt in Battle Royale 0 Bound-Champ mit 53 Prozent. Ich weiß nicht, ich probiere viermal Unreal zu kommen die Season Hub, aber nur noch eine Woche Urlaub. Ich hab nötig schon. Uuuuh. Ich hab nötig schon. Ja, dann... dann läuft die Zeit so langsam weg, ne? Und der Schuss. Geil, 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 geil. Ich hab eine Sky, juhu! Alright, bist du jetzt in Battle Royale all... all real, Bro? What the hell is all real? Unreal, Unreal. Bro, ja, ich bin Unreal jetzt in Battle Royale. Aber... bitte schreibst doch richtig. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh. Eigentlich deutlich. Oh ne, ich muss nie suchen. Bro, zumindest Unreal steht im Titel. Uuuuh. 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 Was soll das jetzt? Sorry... Sorry? ich glaube ich kriege euch das nie eingetrichtert kann das sein angenommen deine maids müssen kills holen nicht campen jungs ihr sollt kills holen macht mal was ich musste verbrauchsgegenstände ja wer sagten das dann lass mal irgendwo lassen pläsen pushen gehen ich bleib hinter euch ihr geht rein ich bleib hinter euch und guckt dass ich maybe von hinten ein bisschen was abknallen kann einer von euch muss nur überleben der rest kann eigentlich kills fahren wenn wir die leute bekommen also plan ist wir schießen die an und ihr geht dann vor und versucht die kills im nahkampf zu holen während ich euch von hinten ein bisschen deckung geben besser als ich aber er ist nicht pro level ja schon werde ich erst auf aus dem keyboard moment wie geht es sich jetzt bei dir das weiß ich nicht mehr das ist schon ewiger ja seit zwei wochen also ich bin direkt als das stream gestartet habe bin ich direkt reingekommen naja der ist gefinished oh mein gott die 64 64 white by the way ich schieße von hinten und ihr versucht sehr nice da oben ist noch einer und einer war genug den habe ich ein paar hals gegeben aber nicht gefinished weil er ja eigentlich eh respawnen kann beziehungsweise soll einer ist tot oh mein gott oh mein gott hier ist eine wo geht es hin lasst lasst hieltet auf so einen berg hier zwei kids dann maybe gucken dass wir in tilt ein paar kills wollen können ich hab ja auch immer so zufällig einmal doppelt hat schock gemacht mit dem jagdgewehr also los oh man chce und 20 ich habe nichts ich bin dann aber dass die Darede hat un-zent für uns ist nicht gut jetzt nicht gut wo wo man kann man muss das sind wir genommen ja die sind irgendwo anders sind wir sind jetzt wo ich eine sniper habe können wir richtig loslegen das heißt ich bleib hinten und versucht zu snipen und ihr geht vor und versucht die kills zu machen und nicht zu überleben aber ich habe gar keinen das mal das mal als zehn versuchen an die zu erreichen ich kann jetzt nicht nur mit euch spielen es geht nicht es geht nicht ich kann nicht nur mit euch rankt spielen wenn dann mache ich das mit winning time im haus schildkröcke im haus schildkröcke jungs ich hab im prozess das spiel ich hab noch keinen gesehen oh mein gott einer war einer p waren drei stück da stehen zwei hinter einem baum die turn da hinten schließen auf mich die schießen auf mich ne du musst zu denen bringt nichts wenn du zu mir gehst und einer war auch unten hinter baum hinter baum bei dir schildkröcke bei dir schildkröcke oh mein gott der war so close der muss sehr knapp gewesen sein sehr schön sehr sehr schön so können wir das ganze spielen sehr nice genau dann kommt nachher kommt mal her ich brauche mir hier gerade mal auf dass ich nach tilt schildkröcke kann man kann dann gucken wir mal ob wir da wen bekommen ich hab 64 ich kann dir wissen was geben also wir haben sie geholt schon wieder geil das kann sehr gut es wird wieder eine richtig gute runde zwar nicht gucken wir da drin auf oder nicht fenster ja da sehe ich jetzt kein mal bescheid wenn ihr wen seht dann versuche ich den hinter uns sind noch welche hinter uns sind noch welche ja hinter uns oh mein gott hinter uns sind die sind noch da die sind da sind da sind wieder welche da ist wieder ein team hinterher haben wenn ja dann jetzt ja wer gut ich habe einen von denen genockt 45er in der luft 24 ja ich habe ihn oh mein gott let's go sehr schön finischen finischen ja nee wir brauchen wir brauchen das team weil ich habe das gar gefunden ja ich habe noch eine ich habe noch mal eine ach so du hast doch meine okay dann ist hier eine zu verschenken weil ich habe eine skar gefunden für mich äh krieg schon das gar nicht okay also der eine ist daun der eine ist daun aber von dem team müssen ja noch zwei leben ja da hinten ja da fliegt doch gerade eine oh mein gott den habe ich ja ja das ist der von gerade das ist das team das ist das team leute da beim blutjob und da beim auto sind zwei mein blutjob ist mindestens einer bei autos und zwei eine pompa leer sonst vernehmt sich darauf die kommen schweig nein ja ja und mir auch jungs ist bei euch noch jemand ist bei euch jetzt noch jemand okay dann kommt mal rüber hier sind noch welche nämlich ich habe da gerade einen gelockt hat er ist hier tot er ist noch genau alle meine kids abgestoppt er war die ja zwei da vorne sind falls ich versuche zu snipen wenn ich einen seh dort oben da oben das war mal das neigt das neigt das neigt oder warte bleibt stehen bleibt stehen bleibt stehen ja 110 110 auf denen dass ich da lang brücheln weiß wo er hin ist der ist noch da ist da noch besser drauf man zu spät gesniped ich sehe ihn war da sind da ist noch einer glaube ich ich glaube das ist ein anderer 100 10er 100 10er du kannst ihn pushen kannst aufmachen und den pushen da sind zwei über dir achtung ich bin hier in meiner box einer ist über dir und einer müsste runtergegangen sein einer 100 10er da oben 100 10er runtergegangen ist denn habe ich der ganz oben ist hat 110 beim lootjob hinten sind welche einer 26 ich kann nichts machen ich sehe nicht doch ich sehe sehr schön ich habe es gesehen so da hinten sind es ist der letzte von denen ja dann mache ich mich mal auf den weg sehr schön sehr sehr schön das war wichtig die erste schuss ist gerade richtig okay für mich sehr sehr gut dann lass hier gerade mal hoch ich sag zu dir sogar manchmal standen denkt ihr soll weiter erste spiel oder blub ich bin bei euch die kommen alle ich bin unten weil ich verstecke mich hier in den starkes und schalte am 90 das heißt die sprain hier danklich hinter mir sind zwei ich habe ein ja oh mein gott profi ich habe ihn nicht geholt ich habe immer einen pump gegen das trommel links mit ich auch nicht aber die kann man doch nicht liegen es ist nur noch einer oh mein gott das ist ein toby im haus der holt das jungs hat direkt wohl ersetzen weil dann mache ich mache nichts unüberlegtes lassen gehen lassen gehen er muss dann zu uns kommen rechnen jetzt beobachten wo er raus geht da er kommt gerade da 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 ja let's go oh mein gott yes ich hoffe ich bin diamond 3 ich hoffe alter let's go india lobbies mal wieder eine runde gewonnen holy shit Das war also mal wieder eine richtig nice Runde. So viel habe ich, by the way, damit Plus gemacht. Und ich hoffe, in zwei Wochen kommt dann das richtige Video. Ciao.